You're the club with a house of money, palalalala, my multi-fowl. Christmas Season Opening, liebe Zuschauer, wir feiern ja die Eröffnung der wirklich, ja, eigentlich traumhaftesten, schönsten 100 Tage im Jahr. Ja, es ist ja heute so alles ein bisschen fließend. Wir hatten gerade erst Sommer, aber irgendwie ist auf einmal Herbst und dann kommt auch ganz schnell die Adventszeit und der Winter und Weihnachten steht vor der Tür. Und wir alle stehen da und sagen, ist das Jahr schon wieder vorbei? War es das denn schon wieder? Es geht halt irgendwie gefühlt immer schneller. Aber, liebe Zuschauer, wir sollten die 100 Tage, die jetzt vor uns stehen, es sind ja nicht mehr ganz 100, es ist ja schon einer weg, es sind ja nur noch 99, aber die sollten wir wirklich nutzen, um es uns zu Hause heimelig zu machen, schön zu machen, vielleicht auch schon an das ein oder andere Geschenk zu denken, nicht immer Last Minute, sondern vielleicht schon was in den Schubladen liegen haben, wo man dann die Liebsten überraschen kann. Und wir haben jetzt für Sie eine Stunde lang wirklich die richtig tollen Bilder, Motive, Lämpchen, ganz viel Funkeln, ganz viel Flimmern gepackt. Und mit mir hier in der Sendung ist unsere Anne-Kathrin und die wird Sie ein bisschen, ja was die Produkte angeht, was hier die Schönheiten angeht, die wir für Sie vorbereitet haben, durch die Sendung führen. Ich bin immer so für Sie da, Bestellnummerpreis, auch so ein bisschen Stimmung machen. Aber jetzt würde ich sagen, wir legen hier tatsächlich los mit unserem ersten Wandbild, ganz spektakulär. Ja, funkeln und flimmern, das gehört einfach in die Vorweihnachtszeit. Und ich habe natürlich heute erstmal wunderbare Bilder für Sie mitgebracht, die jetzt nicht nur unbedingt und zwingend zu Weihnachten aufgehangen werden können, sondern auch vor Weihnachten und nach Weihnachten. Denn Kerzen kann man ja das ganze Jahr über brennen lassen. Aber Kerzen, echte Kerzen, wissen Sie selbst, ja Gefahrquelle, echtes Feuer. Und hier haben wir kleine LEDs. Sie sehen hier zwei Stumpenkerzen, darunter vier kleine Teelichter und die flackern wie ein echtes Feuer. Und das Beste ist, wir reden hier von einem Leinwandbild. Das ist wirklich eine echte Leinwand, ganz hochwertig gemacht und das gespannt auf einem Holzrahmen. Und jetzt kann ich das entweder hier einschalten oder tagsüber auch auslassen. Sehen Sie hier ein kleiner Schalter an der Seite, der es mir ermöglicht, mein Bild einzuschalten. Und allein für so ein Leinwandbild müsste ich im Geschäft mindestens 20, 30 Euro zahlen. Und jetzt habe ich hier auch noch kleine LEDs integriert. Das ist fantastisch heute für den Preis. Und ich weiß aus dem letzten Jahr, dass unsere Leinwandbilder noch vor Weihnachten komplett ausverkauft waren. Fast, liebe Zuschauer. Und es geht auch bei uns tatsächlich richtig schnell. Und jetzt haben Sie sich bestimmt gewundert, wie kann das denn sein? 6,60 Euro. Ja, sehe ich denn richtig? Ja, Sie sehen richtig. Aber jetzt ganz schnell sein. Denn mit Ihnen sind jetzt schon ganz viele andere Menschen in der Leitung. Die wollen das alle haben. Ich nenne Ihnen die Bestellnummer. NC8154 und die 569 Modern Times. Dieses romantische Kerzenflackern. Und ich stelle mir das bei Ihnen zu Hause auch gerne zwei oder dreimal an der Wand vor. 30 mal 50 Zentimeter kann man gut variieren. Das ist so eine schöne Kachelform. Aber es ist einfach dann ein ganz, 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 ganz idyllisches Bild. Auch ein ganz romantisches Bild und macht einfach auch wieder ganz viel Seelenwärme. Nochmal für Sie. Sie sehen richtig. 6,60 Euro ist unser TV-Sonderpreis. Ganz schnell hin in die Leitung. Weil, liebe Zuschauer, in dieser Spezialwoche, das geht alles ganz schnell, ganz schnell weg. Weil da ist nämlich ein großer Rand drauf. Weil gerade solche Unikate auch, ne, findet man ja nicht an jeder Ecke. Das stimmt. Das sind wirklich Unikate. Hochwertig in der Verarbeitung aus Leinwand. Also ein Leinwandbild gefertigt und ja geformt auf einem Holzrahmen. 30 mal 30 Zentimeter. Aber jetzt haben wir hier eine etwas andere Form, auch sehr besonders. Nämlich 30 mal 20 Zentimeter. Also wir werden ein bisschen länglicher. Und jetzt schauen Sie sich das mal bitte an. Das läutet doch das Weihnachtsfest ein, oder? Hier, erst mal X-Mas. Also Weihnachten. Dann der erste Advent, zweiter, dritter und vierter Advent. Und da, das leuchtet und flackert. Hier, auch da, wieder an der Seite einmal ein- und ausschalten. Und das ist wirklich etwas, da bekommt man doch gleich Appetit auf Weihnachten. Ich finde ja, die Vorweihnachtszeit ist für mich immer so die schönste Zeit. Ja. Und hiermit, da bekommt man gleich wieder richtig Appetit auf Weihnachten, oder? Liebe Zuschauer, die 100 schönsten Tage im Jahr. Ich finde es einfach klasse Richtung Jahresende. Klar, es wird ein bisschen grauer, es wird ein bisschen kälter. Aber sei es drum. Dann bleiben wir einfach zu Hause. Aber zu Hause muss es eben dann wirklich für uns alle richtig schön sein. Heimelig, warm, wohlig. Und Licht, ja was kann es denn Schöneres geben, als hier auf unserem Bild eben auch so imitierte Flammen. Und das ist halt wirklich auch so authentisch und so echt gemacht. Und einfach auch so hübsch mit Liebe gearbeitet. Und auch hier sehen Sie richtig, 6,60 Euro, unser TV-Sonderpreis. Ja, in der Weihnachtseröffnungswoche noch 100 Tage bis Weihnachten, liebe Zuschauer. Also wirklich, schöner kann man es zu Hause nicht dekorieren. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Bilder für Sie vorbereitet. Aktuell hier unser Wandbild Kerzen im Schnee mit dieser tollen LED-Beleuchtung. Und ich finde ja diese Assoziation, Anne, mit dem 4. Advent genial. Es ist der Hammer. Und ganz viele unserer Zuschauer haben sich diese Leinwandbilder auch ganz bewusst bestellt. Aus einem Grund zum Beispiel, weil sie jemanden kennen, der in einem Seniorenzentrum ist, wo offenes Feuer verboten ist oder Krankenhäuser. Man will sich deswegen ja trotzdem gemütlich machen. Ja, das ist ja ideal, klar, logisch, da ist ja offenes Feuer, geht dann sicherheitstechnisch. Und das ist eine wunderbare Sache. Und selbst, wenn man nicht mehr so gut zur Wand gucken kann oder wenn man nichts an die Wand hängen darf, man kann das ja auch wunderbar auf den Tischchen stellen. Kann man auch, einfach irgendwo aufstellen. Also, NX7711 und die 569, hier unsere Bestellnummer für das aktuelle Bild, das Sie sehen, liebe Zuschauer. Unser TV-Sonderpreis, der zergeht einem regelrecht auf der Zunge, 6,60 Euro. Und ich würde sagen, wenn Sie schon haben, dann beißen Sie jetzt mal zur Belohnung, weil Sie zugeschlagen haben, in den ersten Spekulatius Glühwein. Ja, jetzt kommt ja auch bald wieder die Glühweinzeit, ne? Ja, Mensch, Glühwein, Spekulatius, Lebkuchen, was auch immer Sie mögen, Stollen, da kann man jetzt überall zugreifen. Das macht richtig Spaß, hier reinzugucken. Also, ich könnte das Bild die ganze Zeit anschauen. Das macht mir so viel Freude. Im letzten Jahr hat mir übrigens eine Kundin geschrieben, ihre Mutter ist dement. Und die hat eben auch Angst, eine echte Kerze aufzustellen, weil sie eben Angst hat, sie vergisst, die Kerze auszupusten. Ist ja hier vollkommen egal, weil hier kommen ja nur Batterien rein, ne? Schön gemacht. Also wirklich NX7711 569 für unser X-Mass-Bild. Und auch hier der TV-Sonderpreis, 6,60 Euro. Wunderbar. Gerne zwei, drei mitnehmen, liebe Zuschauer. Wir können die Preise nur so lange halten, solange wir eben auch noch Menge haben. Und jetzt kommt eben auch was richtig Tolles. Schauen Sie sich das an, unser Wandbild Advent. Ja, und auch hier brauchen Sie gar keine Steckdose, denn auch hier brauchen Sie lediglich zwei kleine Batterien. Und auch hier sehen Sie jetzt dieses schöne Flackern ganz verschiedener Kerzen. Das hier, das erinnert mich immer an meine Kindheit. Meine Oma hatte solche gedrehten Kerzen immer. Und das waren aber die besonderen Kerzen. Die hat sie nur zu besonderen Anlässen rausgeholt, weil die extrem teuer waren. Ja, da haben wir hier jetzt drei dieser gedrehten Kerzen. Dann haben wir hier etwas kleinere Stumpenkerzen in der Mitte in einem Glas schön dekoriert. Und das ist für mich jetzt auch ein Bild, das würde ich jetzt nicht nur zwingend mit Weihnachten assoziieren, auch gerne vor Weihnachtszeit, Geburtstag, nach Weihnachtszeit. Weil das Einzige, was hier so ein bisschen auf Weihnachten hindeutet, ist hier der kleine Stern. Aber ansonsten ist es sehr, sehr dezent und neutral gehalten. Und Kerzen kann man ja das Ganze hier überbrennen lassen. Also für mich ist das schon so ein Ganzjahresbild, oder? Absolut. Also ich muss sagen, auch hier für den Eingangsbereich bei Ihnen, vielleicht im Flur, vielleicht auch im ersten Stock oben im Flur, wenn Sie einen etwas längeren Gang haben. Oder vielleicht vorm Badezimmer, so als einladender Wärme, Ruhepol, bevor man dann ins warme Bad geht. Hier vielleicht noch so ein Wandbild. Ich meine, das ist wirklich klasse. Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, es wird jetzt eben auch früh dunkel. Und dann gehen Sie eben abends noch mal durchs Haus, wo Sie sagen, Mensch, ich habe da noch was zu erledigen, muss da noch was holen, vielleicht noch mal das Schlafzimmer lüften. Und dann laufen Sie durch Ihre eigenen Räume und Gänge und dann hängen dort die Bilder und die empfangen Sie halt auch so ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man denkt jetzt hier, das ist nur was für Wohnzimmer. Ich finde das auch für Küche oder auch Schlafzimmer, wenn man es wirklich ganz heimelig und gemütlich haben will. Dann sind das einfach genau die richtigen Bilder. Und hier, ich meine, da haben wir ja ein ganzes Kerzenkonvolut, also richtig viele Kerzen und dann eben auch dieses sehr realistische Kerzenflackern. Ja, das stimmt. Und echte Kerzen sind ja auch richtig teuer. Ja, also da kann man schon richtig viel Geld dafür ausgeben und die brennen ja niemals runter. Also Sie haben hier nicht nur die Möglichkeit, dass Sie sagen, Mensch, ich habe einfach Angst, dass irgendwas ist, wenn ich Kinder habe, dass sie hier ein echtes Feuer haben. Der Vorteil hier ist auch, dass die nicht runterbrennen. Das heißt, einmalig 6,60 Euro investieren und dann haben Sie immer Freude damit. Superschön gefertigt, auch hier Leinwandbild gespannt auf einem Holzrahmen. Und ich weiß, dass ganz viele Kunden auch gerne mehrere Bilder miteinander kombinieren, weil die haben ja unterschiedliche Größen. Das heißt, man kann große, kleine, mittlere einfach so ein bisschen schön übereinander dekorieren, nebeneinander, einfach mal bunt mixen, kann man ja auch machen. Das ist ein ganz toller Tipp, bitte unbedingt beherzigen. Und die Bestellnummer ist die NC8155 und die 569 und der TV-Sonderpreis. Ich kann mich gar nicht, das ist wirklich eine wahre Freude, dass wir das für Sie machen können, liebe Zuschauer. Kann man sich nicht satt sehen. 6,60 Euro. Hier sparen Sie 67 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Also unbedingt nach Hause holen, solange wir sie noch haben. Die gehen ganz schnell weg. Und jetzt haben wir das, Anne-Kathrin, noch mit Fernbedienung. Ja, ganz einfach aus dem Grund, Sie liegen jetzt im Bett oder sitzen schön auf dem Sofa, gemütlich mit dem Glühwein, wie es Andreas gesagt hat. Und jetzt haben Sie vergessen, Ihr Leinwandbild anzustellen. Ach, da müssten Sie jetzt eigentlich wieder aufstehen. Oder Sie haben hier Ihre Fernbedienung, mit der Sie Ihr Bild ein- und ausschalten können. Ist das cool oder ist das cool? Das ist super komfortabel. Welches Bild kann man schon mit einer Fernbedienung steuern? Das ist der Hammer. Ich finde das wirklich genial. Auch wenn man den Raum verlässt, hat man die Fernbedienung unterhand, schaltet die einfach wieder aus. Wenn man betritt, schaltet man wieder ein. Also ganz viel Komfort hier für Sie unter der Bestellnummer NC 8685 und der 569. Und dann haben wir für Sie den TV-Sonderpreis 12,30 Euro. Also unser Leinwandbild Advent mit dem tollen Kerzenflacken und der ganz komfortablen Fernbedienung. Ja, wir machen weiter mit einem... Also das ist wirklich was ganz, ganz Süßes. Sie kennen vielleicht diese Lichterketten, die man in den Fensterscheiben hängen sieht. Die sind so unterschiedlich lang und das soll so ein bisschen andeuten, als würde es schneien. Genau so was meine ich. Ist das nicht schön? Ja. Ein weihnachtliches Fenster mit Kerzenschein. Natürlich mit unseren Schneeflöckchen. Hier die Kette, die LED-Lichterkette. Dann hier vorne schon die Geschenke, die der Weihnachtsmann hinterlassen hat. Und das hier sieht so ein bisschen aus, als wäre es draußen ganz kalt gewesen und drinnen. Da laufen die Heizungen und jetzt fängt plötzlich das Fenster an zu beschlagen, weil es drinnen so schön gemütlich warm ist. Und das ist für mich ein ganz besonderes Wandbild, Leinwandbild. Hier mit 30 mal 20 Zentimetern Länge. Also Sie sehen hier, das ist etwas länger gefertigt. Und deswegen auch ganz, ganz besonders hier für einen besonderen Menschen. Ich muss bei so angelaufenen Scheiben und Kerzen dahinter, muss ich automatisch, weil ich das immer zur Weihnachtszeit geguckt habe. Und das läuft da auch immer an Dr. Zhivago, denke ich. Das ist einfach so diese Kälte in Russland, wo es so eiskalt ist. Da guckst du da zum Fenster raus und dann steht da eben hier eine Kerze davor. Und die Kerze, die sorgt eben für dieses kleine Guckloch. Alles ist draußen drum herum gefroren. Aber in der Mitte steht eben die Kerze und das macht wirklich ein ganz tolles Bild, liebe Zuschauer. Und jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Machen Sie es heimelig bei sich zu Hause. Machen Sie es gemütlich. Genießen Sie die Jahreszeit, auch wenn es draußen kalt ist. Nehmen Sie eine Decke. Haben wir übrigens auch mit dem Angebot. Ganz tolle warme Decken. Aber hier, das ist wirklich absolut genial. Und genial ist in dem Fall auch wieder der Preis. Richtig tolle Beleuchtung, richtig tolles Bild für 6,60 Euro. Und du hast eben keine Folgekosten. Normalerweise müsste ich jetzt eine Steckdose suchen. Hätte ich einen Stecker und ein Kabel. Sie sehen ja, hier ist kein Kabel. Hier kommen an der Rückseite zwei Doppel-A-Batterien rein. Hier sehen Sie den kleinen Schalter. Nur damit kann ich mein Bild ein- und ausschalten. Das heißt, Sie sind auch sehr flexibel. Sie können das überall aufhängen, wo Sie wollen. Oder auch gerne auf so eine kleine Kommode stellen. Die wiegen ja nichts. Also selbst wenn die jetzt mal versehentlich umfallen. Das ist gar kein Problem. Die kann man überall aufstellen. Auch mal den Menschen verschenken, die man besonders gerne hat. Sowieso. Also gerade zur Adventszeit. Gerade wenn man dann auch mal Verwandtschaft, die Nachbarn besucht, Freunde. Auch was weiter weg. Der Postbote, der immer so viel Post bringt. Ja, warum denn nicht, liebe Zuschauer? Karte oder so. Macht man die letzten Jahre schon gemacht. Nachbarin, die immer die Post annimmt. Ja, eine Karte, die verschwindet irgendwann. Aber das hast du immer. Da erinnert man sich an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie das geschenkt haben. Und das ganz viele Jahre. Das bleibt wirklich im Gedächtnis. Aber beschenken Sie nicht nur die anderen, sondern auch sich unter der Bestellnummer NX 7708 und der 569 6,60 Euro, liebe Zuschauer. Also das ist wirklich ein ganz komfortabler Preis auch. Und die Sendung ist so ausgerichtet, dass wenn Ihnen viele Bilder gefallen oder einige Bilder gefallen, dass Sie sich wirklich auch für mehrere entscheiden können. Wir machen jetzt weiter hier, liebe Zuschauer. Und ich sehe gerade schon, Anne hat wieder was mit Kerzen vorbereitet. Und so ein ähnliches Motiv habe ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt gesehen für 30 Euro. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kaufen das auf dem Weihnachtsmarkt. Das müssen Sie die ganze Zeit mit sich rumtragen, bis es zu Hause ist. Hier liefern wir Ihnen das ganz komfortabel bis vor die Haustür. Und das nicht für 30 Euro, sondern für 9,45 Euro. Auch hier wieder ein hochwertiges Leinwandbild. Gespannt auf den Holzrahmen mit einem Lichter mehr. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Spa-Bereich. Also das kann ich mir auch wunderbar vorstellen. Jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer, wenn man nicht schlafen kann. Oder zum Beispiel auch Badezimmer, wo man sich ganz schön einrichten will, gemütlich. Also das ist jetzt kein klassisches Adventsbild, sondern ein Kerzenbild mit Rosen zum Entspannen und Verwöhnen lassen. Du sagst das wie in so Luxus-Ressourcen, also Luxus-Hotels, wo man dann wirklich reinkommt und da ist gedimmtes Licht. Und dann ist da eine Sauna, dann ist das auch so ein Salzbad. Dann gibt es eine Massage und, und, und. Und natürlich auch so wohltemperiertes Wasser zum Baden. Und hier die Rose in der Mitte ist ja auch toll zu sehen. Die ist dann umschlossen von den ganzen Kerzen und das Kerzenflackern hier ist ja wirklich beeindruckend gemacht. Also das sieht klasse aus. Und das stelle ich mir bei Ihnen zu Hause im Bad hervorragend vor. Gerade auch in den Momenten, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht von dieser mega hellen Lampe da oben angestrahlt werden. Dann ist das ideal. Die Bestellnummer NX 7710 und die 569. Und hier haben wir einen TV-Sonderpreis. Anne hat ihn schon genannt. Ich wiederhole ihn gerne nochmal. 9,45 Euro. Sie sparen aber 53 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung von hier 20 Euro. Also das ist wirklich jetzt eine einmalige Gelegenheit für Sie zuzuschlagen. Ich finde, das kann man auch sehr schön verschenken. Zum Beispiel als Kombination mit einem Badesalz oder mit einem hochwertigen Körperöl oder einer hochwertigen Pflege. Ja, weil das hat wirklich so diesen Spa-Effekt. Es gibt ja Menschen, die mögen sowas sehr, sehr gerne und gerade so ein schönes Wellnessgeschenk. Oder wenn man zum Beispiel auch Gutscheine verschenkt für ein Wochenende im Spa-Bereich. Da kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Absolut, liebe Zuschauer. Nutzen Sie diese schöne Möglichkeit. 9,45 Euro hier in unserer Weihnachtseröffnungswoche mit den tollen Angeboten. Damit Sie es zu Hause heimellig haben, damit Sie es sich schön machen können. Und hier mit unseren Kerzen mit der Rose NX 7710 und der 569. Und ich muss wirklich sagen, wir haben ja unser Studio dekoriert. Und wir waren ja vorher noch in einem anderen Studio. Da haben wir auch was mit Winter oder mit Herbst und mit Wärme gemacht. Und so langsam, muss ich echt sagen, kommt man in Stimmung. Es wird wohlig warm. Und ich meine, diese kleinen Bilder und auch die ganzen Kleinigkeiten, auch die Kerzen, die wir haben. Und auch die ganzen Dinge, die sich bewegen und funkeln. Die bringen einen eben auch wieder runter. Weil das Jahr war bis jetzt anstrengend genug. Was haben wir nicht alles gemacht? Da kann man das Jahr noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, zur Ruhe kommen. Wie zum Beispiel auch mit unserem nächsten Bild. Hier die große Besonderheit, das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht auf einen Holzrahmen gespannt. Also kein Leinwandbild. Sondern Sie sehen das hier schon. Das ist aufgestellt mit einem kleinen Aufsteller. Ich kann es aber auch hinhängen. Also die Option haben Sie natürlich auch, wenn Sie es lieber hinhängen möchten. Aber ich finde das jetzt besonders schön. Deswegen habe ich es hier auch mal hingestellt. Wenn man das zum Beispiel so auf dem Nachttisch stehen hat. Ja, was ganz Besonderes. Nimm hier mal einen Kranz. Und davor die kleine Laterne. Und da drin ist ein Teelicht. Also super süß gemacht. Liebe. Hier wirklich ganz liebevoll gestaltet. Und das sieht aus wie so ganz viele kleine Glühwürmchen, die da funkeln und glitzern. Schauen Sie mal, das wechselt auch immer hin und her. Also einmal leuchtet der Kranz. Und dann leuchtet wieder das ganze Bild. Das ist doch Wahnsinn, oder? Es ist so wunderbar gemacht. Und liebe Männer, wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, ja, das stimmt ja alles, aber ich kann jetzt doch nicht Deko bestellen. Liebe Männer, machen Sie es einfach. Wenn Sie eine liebe Ehefrau zu Hause haben, dann überraschen Sie die einfach auch. Wenn die jetzt gerade nicht da ist, die ist vielleicht irgendwie jetzt im Verein, macht irgendwas, holen Sie sich so ein paar Bilder, dekorieren Sie, überraschen Sie die einfach auch mal. Und wenn Sie sagen, nein, habe ich nicht, dann holen Sie die für sich alleine. Weil letztlich ist es doch so, in der kalten Jahreszeit brauchen wir alle ein wenig Wärme, ein bisschen Stimmung. Und hier zu dem Preis mit dem tollen Bild, mit den Variationen, die wir auch von Anne gehört haben, also absolut, es sieht fantastisch aus, 9,45 Euro, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer NX87, 91 und die 569. Und Sie dürfen natürlich auch mehrmals bestellen. Sie dürfen jedes Bild bestellen, wenn Sie mögen. Denn Sie sparen ja wirklich hier und heute immer über rund 50 Prozent. Und auch hier brauchen Sie keinerlei Stromanschluss. Ich weiß, Licht verbindet man automatisch immer mit einem Stecker. Aber auch hier einfach Batterien hinein und fertig zum Aufstellen, zum Aufhängen und zum Verschenken und einfach die gemütliche Zeit genießen. Und wie du sagst, gerade in der dunklen Jahreszeit, man wird manchmal auch so ein bisschen, ja, nicht depressiv, aber man hat manchmal das Gefühl, dass man so zurückblickt und sagt, ach Mensch, jetzt ist der Sommer vorbei, ist auch ein bisschen traurig darüber. Aber wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich mir immer auch, Mensch, der Sommer war schön, aber jetzt freue ich mich auch richtig auf die Vorweihnachtszeit. Absolut. 9,45 Euro hier. Sie sparen, liebe Zuschauer, das ist spektakulär. 68 Prozent zu unverbindlichen Preisempfehlungen von hier knapp 30 Euro. Und die Bestellnummer NX87, 91 und die 569 gilt hier für unseren Weihnachtskranz mit Laterne. Also wirklich absolut genial. Und das ist wirklich eine schöne Stimmung. Und es ist heute alles fließend. Also Sie müssen ja nicht warten bis zum 1. Dezember, wo Sie die aufstellen. Machen Sie es ruhig früher. Machen Sie es so, wie es Ihnen gefällt. Ist ja Ihr Zuhause. Das stimmt. Ja, bevor Sie jetzt denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ihr macht es mir heute aber auch schwer. Bei dem Preis können Sie auch gerne mehrere bestellen. Und das Modell hat es mir ganz besonders angetan. Wir kommen jetzt wieder zurück zu unseren Leinwandbildern. Und hier haben wir jetzt so ein kleines Bergdorf. Und das erinnert einen doch wirklich so an die Kindheit. Ganz hoher Schnee. Damals, da gab es ja noch Weihnachtenschnee. Ganz hoch. Da war man rodeln mit den Eltern irgendwo, vielleicht in den Bergen. Und ja spät oder frühen Abend konnte man dann irgendwo einkehren in eine kleine gemütliche Gaststätte. Und das war dann so richtig draußen. Die Hände waren schon halb erfroren. Die Füße taten schon weh, weil die Schuhe nicht richtig wasserabweisend waren. Und dann kommst du in eine so kleine Hütte und kannst dich endlich wieder aufwärmen. Die Socken über den Kamin hängen. Die Hände an einem Tee wärmen oder an einem Glas heißer Schokolade. Und das ist so ein Stückchen heile Welt. Und hier dieser riesen Tannenbaum. Schön geschmückt mit Lichterketten ohne Ende. Und das ist einfach ankommen und es sich gut gehen lassen. Und das jetzt für kleines Geld. Sie sehen, auch hier sind wir jetzt, jetzt gehen wir nicht in die Breite, sondern ausnahmsweise mal in die Höhe. Haben wir auch ganz einfach mal gemacht, wenn man zum Beispiel eine Säule hat, wo das besser hinpasst. Oder so eine kleine Nische oder andere Sachen, wo man das gerne platzieren möchte. Also hier kommt jeder auf den Geschmack. Egal, was man jetzt mag, ob man eher der Kerzen-Fan ist oder ob man sagt, ach, ich liebe Winterurlaube, Skiurlaub. Dann ist das natürlich auch ein schönes Geschenk für jemanden. Absolut ein wunderbares Geschenk. Und das ist auch ein tolles Geschenk für Menschen, die sich ja in der kalten Jahreszeit immer so ein bisschen schwer tun. Ich muss sagen, ich bin auch so jemand. Ich auch. Ich bin überhaupt gar kein Winter- oder Herbstmensch. Ich auch. Aber diese kleinen Dinge hier, die machen es einem doch leicht, über diese Jahreszeit zu kommen. Denn es sind ja immerhin sechs Monate, wo wir quasi aushalten müssen. Und liebe Zuschauer, wenn man sich so drüber helfen kann über die Zeit, dann ist es doch schön. Vor allem eben auch für einen kleinen Preis, 9,45 Euro hier mit der Bestellnummer NX 7709 und der 569. Und holen Sie sich die nach Hause. Absolut eine schöne Angelegenheit. Übrigens hier unseren Weihnachtsbaum mit Bergdorf. Ich finde, das ist auch eine echt schöne Szene, die auch wieder so ein bisschen zum Träumen einlädt. Und du hast so schön über die Kindheit gesprochen. Also da wird es einem wirklich warm ums Herz. Ja, also da wünscht man sich irgendwie doch mal Kind zu sein, mit Oma und Opa draußen Schlitten fahren. Und das muss jetzt auch nicht später Abend sein. Jetzt wird es ja teilweise schon im Winter 17, 18 Uhr dunkel. Da kommt man nach dem Kaffee trinken, ist man nochmal rausgegangen. Irgendwie war Rodeln mit den besten Freunden, mit den Schulfreunden. Musste dann aber schnell wieder rein, weil am nächsten Tag war ja die Schule. Und das Draußen sein, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Man hat es richtig genossen. Ja, und diese kleinen Geschichten, die holen Sie sich jetzt nach Hause. Und wir machen weiter, liebe Zuschauer. Und jetzt schauen Sie sich mal an, das Format, das wird schon ein bisschen größer hier. Das fällt schon auf. Und das ist auch wieder so eine tolle Kerzendarstellung. 40 mal 40 Zentimeter. Also jetzt werden wir ein bisschen größer, wenn Sie natürlich größere Wände haben, wo Sie die Möglichkeit haben, das gerne aufzuhängen. Da will man jetzt nicht so ein kleines Bild haben, da will man was richtig Großes haben, wo man gerne hinschaut, so ein Highlight. Vielleicht auch direkt im Wohnzimmer neben dem Fernseher. Oder vielleicht haben Sie da so eine schöne Ecke oder eine Wand, wo Sie einfach sagen, irgendwas fehlt dann noch. So ein kleines Highlight, so ein Eyecatcher. Und da ist das was Schönes, was nicht nur zwingend Weihnachten aufgehangen werden muss, sondern am besten das ganze Jahr. Denn auch hier haben wir wieder diese zwei riesen stumpfen Kerzen. Eine in dem beigefarbenen Ton, dann das dunkle Rot und ganz unten kleine Teelichter. Und die brennen niemals herunter. Nie, niemals. Sie müssen lediglich ab und zu mal eine Batterie nachlegen. Aber das war es dann auch schon. Und hier auch wieder wirklich schön gemacht. Hochwertiges Leinwandbild auf einem Holzrahmen gespannt. Und das nicht für 40, 50 Euro, wie es vielleicht jetzt auf den Weihnachtsmärkten dann später gibt, sondern für 12,30 Euro. Der Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Wahnsinn, vor allem in dem Format. Dann hier das Kerzenleuchten und Flackern auch wieder sehr realistisch nachempfunden. Richtig schön gemacht. Man glaubt das gar nicht. Wenn man da drauf guckt, könnte man immer... Also ich tue mir da wirklich schwer zu glauben, dass es ein Bild ist. Es sieht wirklich sehr realistisch aus. Und ich kann mir jetzt dieses Format auch sehr gut auf so einer Stafflei vorstellen. Wenn man das im Eingangsbereich drapiert, liebe Zuschauer, das hat nicht jeder. Und so ein Bild natürlich auch nicht, weil man ganz klar sagen muss, da kommen auch wir immer schwer dran. Das sind ganz spezielle Dinge, die wir Ihnen hier präsentieren und vorstellen. Und Sie sehen es natürlich, ich meine für 12,30 Euro sind wir jetzt eben halt auch in einem Bereich, wo man sagt, jawohl, das nehme ich mit. Das gönne ich mir jetzt auch. Die Bestellnummer NX 8780 und die 569 hier. Und ich muss wirklich sagen, also wenn Sie auch, du hast es gesagt, Anne, wenn man hier eine Wand hat, wo so noch ein Akzent fehlt, dann wirkt das halt auch richtig schön. Und da kann man auch wirklich eine große Wand haben. Und dann hat man in der Mitte zentral so diesen Blickfang, so wie wir es hier gemacht haben oder wie wir es hier sehen auf dem Foto. Also richtig schön. Ich habe das ganz oft mal, dass ich denke, ich würde irgendwie gerne was verändern in meiner Wohnung. Und es muss jetzt nicht immer zwingend ein neuer Schrank sein. Das sind manchmal so kleine Sachen, dass man mal was umstellt, mal zum Beispiel den Tisch woanders hin oder mal eine Pflanze woanders hin und dann vielleicht auch mal ein anderes Bild. Ich habe das öfter mal, dass ich einfach wie so eine Art Tapetenwechsel brauche. Aber man braucht dafür nicht viel Aufwand. Nicht viel Aufwand. NX 8780 569 12,30 Euro, liebe Zuschauer, ist Ihre Investition in ein schönes Zuhause, in ein wohliges Zuhause, in ein warmes Zuhause. Sie halten sich da wirklich gerne auf. Und es ist ja jetzt so, es kommt ja die dunkle Jahreszeit, die kalte Jahreszeit. Es sollte zu Hause heimelig sein. Und jetzt, liebe Zuschauer, bitte halten Sie sich fest. Es kommt mein absolutes Lieblingsbild. Deins auch? Ja, es ist der Knaller. Holen Sie sich das bitte nach Hause, schauen Sie sich diese Szene an. Das ist irgendwie witzig bei uns Moderatoren. Auch Ralf weiß ich, ist sein Lieblingsbild. Meins natürlich auch. Weil da denke ich, egal wie sehr ich Schnee überhaupt nicht mag, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich mir, oh, das könnte das ganze Jahr überwinter sein. Das sieht man so schön hier, diese Landschaft, dieses Dorf. Und wenn ich das Bild immer sehe, dann stelle ich mir immer vor, was da für Menschen drin sind. So richtig gemütlich, ja, die noch umweltbewusst sind, die sich darüber freuen, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind. Das sind Menschen, die nicht oberflächlich sind, sondern die einfach sich freuen, dass man mit der Familie zusammensitzt. Hier, der Schnee, der fängt schon an zu tauen, aber es ist trotzdem ganz, ganz kalt. Der Himmel, schön rot. Ja, und auch hier die kleinen Lichter. Also das ist wirklich so geschmackvoll. Und dann überall, da brennt der Schornstein, das heißt, es ist draußen kalt, innen wird geheizt. Innen, ja, wenn man reinkommt, da wird gespielt, da sitzt man an einem großen Tisch und spielt Kartenspiele und genießt zum Beispiel auch heiße Schokolade. Oder so ein bisschen Urlaub, so ein kleines Winterdorf. Also ich stelle mir da immer vor, wer da so drin wohnt. Ich denke dann immer auch, am liebsten wäre ich jetzt so klein, dass ich in das Bild passe, dass ich da mal Mäuschen spielen kann. Ganz genau. Aber Sie wünschen sich auch in dieser Szene, das ist so klasse gemacht mit dem Sternenimmel. Und was ich auch toll finde, das ist eben hier diese Lichtreflexion hier vorne, dass das quasi, das ist ja nicht nur in den Fenstern, sondern es nimmt wirklich hier den ganzen Raum unten ein, das Bild ist und das ist so ein schönes Motiv. Und genauso wie du sagst, das bringt einen auch so ein bisschen runter. Man denkt auch so ein bisschen über sein eigenes Leben nach und diese stressigen Zeiten und diese Termine und alles ist so durchgetaktet. Und hier sieht es halt überhaupt nicht durchgetaktet und stressig aus. Hier denkt man einfach, Mensch, da lebt eine Familie, vielleicht auch mehrere Generationen und in Friede. Jeder kümmert sich auch so ein bisschen um den anderen. Also das ist wirklich was, wo man auch sagen muss, das ist ein richtig tolles Geschenk. Liebe Zuschauer, 12,30 Euro für diese fantastische Szene hier mit der Beleuchtung. NX 7712 und die 569. Unser Wandbild Winterdorf, Format 40x30. Finde ich auch ein tolles Format. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Also das ist nicht so diese Klassiker, sondern mal ganz anders gemacht, wenn Sie sich einfach mal ganz anders einrichten möchten. Und gerade auch so der Hintergrund, dieses Rote, das Abendrot. Da gibt es ja so Bauernregeln. Wenn morgens der Himmel rot ist, dann wird schlechtes Wetter. Und wenn es abends rot ist, dann gibt es gutes Wetter. Und dann kann man sich vorstellen, Minusgrade und dann Sonne pur. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Schauen Sie sich das an. Hier auch, wenn das Licht ausgeschaltet ist bei Ihnen zu Hause. Es sieht klasse aus. Es ist, als würden Sie auch so ein bisschen in die Ferne gucken. Bei sich zum Fenster raus, über die Straße. Und es ist wirklich klasse. Aber es geht so spektakulär weiter. Wir haben das nächste Highlight für Sie. Ein Kaminzimmer. Und das ist schon hier mit dem offenen Kamin. Ach, es ist genial. Schauen Sie sich mal hier den Kamin an. Ist das toll oder ist das toll? Der flackert auch immer. Also nicht nur der Weihnachtsbaum, nicht nur dieser XXL-Kranz. Alles leuchtet und funkelt. Und wenn ich das Bild sehe, denke ich jedes Mal an so schöne amerikanische Weihnachtsfilme. Also man mag da zwar sagen, was man will über die Amis. Aber Weihnachten ist irgendwie toll. Also ich möchte über Weihnachten gerne mal nach Amerika verreisen. Weil wie die da schmücken, das können wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen. Das ist so von allen nochmal ein draufgesetzt. Mehr ist besser, so nach dem Motto. Und jetzt schaut ihr diesen riesen Weihnachtsbaum an. Da brauchen die riesengroße Leitern, um bis nach ganz oben zu gelangen. Um die Spitze mit den Sternen zu schmücken. Dann der Kamin. Ja, da darf natürlich die Tangierlande nicht fehlen. Und dann auch hier unfassbar schön, dieser riesen Weihnachtskranz. Und jetzt schauen Sie sich mal. Ich gelange ja jedes Mal so ins Schwärmen. Ich finde das wirklich toll. Es ist wirklich toll. Man könnte sagen über amerikanische Weihnachten, kitschig. Aber eigentlich ist es so, wir wünschen uns doch alle diese bunten Lichter, diese Wärme. Familie ist da. Alle verstehen sich. Weihnachtsmann war schon da. Genau, Weihnachtsmann war da. Die Geschenke liegen da unten. Man sieht es schön gemacht hier. Auch mit den großen Fenstern. Hier stellt man sich auch wieder vor, was ist denn das für ein Gebäude? Wie sieht das von außen aus? Man träumt so ein bisschen weiter. Sich so ins Bild rein. Wie sehen die anderen Räume aus? Was ist es denn, Mensch? Und da ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sehnsucht. Mensch, wenn es bei mir zu Hause auch so aussehen könnte. Und Sie können sich, liebe Zuschauer, so einen Ausschnitt eben auch nach Hause holen. Für 15,15 Euro hier unter der Bestellnummer NX 87,92 und der 56,9. Ich finde das Format toll. 40 mal 30. Das heißt, das ist wirklich auch so groß. Da sieht man halt auch richtig viel. Da kann man richtig viel einbauen. Das ist traumhaft schön. Und da kann man wirklich mal so seine Fantasie freien Lauf lassen. In Amerika ist das ja so, da kommt der Weihnachtsmann durch den riesen Schornstein. Und über Nacht, ja, da packt er dann all seine Geschenke unter den Tannenbaum. Und wenn die Kinder dann am Morgen aufwachen, dann sind die Geschenke da. Und am besten Fall hat man noch Kekse und Milch für den Weihnachtsmann hinterlassen. Und der Keksteller ist dann auch geleert. Also Sie sehen schon, ich habe als Kind sehr viele Weihnachtsmärchen geschaut. Ja, also das haben wir alle. Und das waren alle schöne Zeiten. Das wissen wir alle als Kind, Weihnachten, gerade auch die Winterzeit. Wie aufgeregt man da auch war. Das ist man, die Vorfreude hat auch einfach auf diesen großen Moment. Und jetzt, liebe Zuschauer, holen Sie sich ein Stückchen schon nach Hause. Genießen Sie einfach die Zeit. Genießen Sie auch die Lebkuchen. Auch wenn es die jetzt schon gibt, wo man sagt, Mensch, gefühlt war doch erst Sommer. Ja, mei, das ist halt so. Das sind die Zeiten. Aber das Schöne ist ja, wir lernen einfach damit umzugehen. Und wir machen es uns schön. Liebe Zuschauer, jetzt, wir bleiben, wir bleiben aber tatsächlich. Verzeihen Sie mir das Wort spektakulär. Denn was wir jetzt für Sie hier haben, schauen Sie sich das an. Das ist quasi jetzt der Glanzpunkt. Jetzt sind wir wirklich hier am 24. Dezember oder am 25. angekommen. Schauen Sie mal, der Weihnachtsbaum, der leuchtet in allen Farben. Und jetzt sind wir hier mal 50 mal 38 Zentimeter. Das ist unser größtes Leinwandbild hier. Ganz hochwertig wieder verarbeitet. Und jetzt könnte man hier wirklich meinen, also den Ihre Stromkosten will ich nicht übernehmen. Aber Sie haben ja hier keine Stromkosten, denn wir haben hier kleine LEDs und lediglich ein Batteriefach. Auch hier wieder der Kamin. Und da stehen jetzt ausnahmsweise Kerzen drin. Und da drüber natürlich hier unsere Girlande, ganz, ganz festlich geschmückt. Und da oben drüber die Uhr. Es ist kurz vor Mitternacht. Das heißt, Zeit, um ins Bettchen zu gehen und sich zu freuen, wenn man am nächsten Morgen aufwacht, dass der Weihnachtsmann da war. Das ist doch wieder so was Schönes. Absolut. Und da muss man nicht viel schmücken, weil es ist schon schmückt. Guck mal hier der kleine Teddybär in der Ecke, wie er da sitzt. Man entdeckt das auch immer so Details. Ja, und da stellst du dir richtig vor, wer wohnt da. Das muss eine Familie sein mit Kindern, weil wir haben hier den Teddybär. Wir haben hier oben aber auch den Strumpf. Auch da kann wieder ein kleines Geschenk drin sein. Und dann stelle ich mir mal vor, wie die Familie so an Heiligabend am 24. Dezember dasteht und mindestens zwei, drei Stunden den Tannenbaum geschmückt hat. Gucken Sie sich mal die vielen Lichter an. Da helfen alle mit. Der Papa ganz oben auf der Leiter, der hier oben noch den Stern aufsetzt. Ganz unten, die Kinder, die dürfen unten dekorieren. Mama hier in der Mitte. Da helfen alle mit und das macht auch Spaß. Und das macht wirklich großen Spaß. Und wenn man dann das Ergebnis sieht, dann kann man sich wirklich nochmal auf dem Sofa zurücklehnen und sagen, ach Mensch, guck mal, was ist das nicht für eine schöne Stimmung, für ein schönes Bild. Was geht es uns nicht gut? Das Wichtigste ist ja sowieso im Leben Gesundheit, dass man zusammen ist, dass man sich gut versteht. Und das drückt dieses Bild auch so ein bisschen aus. Auch die warmen Farben mit den Kerzen, mit dem Kamin. Also all so, wie wir es uns im Grunde in unserer Fantasie vorstellen. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, liebe Zuschauer, sich ein kleines Stück Fantasie in Form dieses tollen Bildes Weihnachten nach Hause zu holen. 26,55 Euro. Normalerweise hier, Sie sehen es eingeblendet. 39 Euro. Knapp 40 Euro. Also hier auch nochmal eine ganz tolle Möglichkeit für Sie. NX 87, 81 und die 569. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit zu sagen, Mensch, das nehme ich mir zwei, dreimal mit. Vielleicht einmal auch als Geschenk an einen Lieben oder an eine Liebe, die Sie kennen. Und liebe Zuschauer. Während Sie jetzt noch die Möglichkeit haben, aufs Bild zu gucken und die Bestellnummer sich zu notieren, kann ich schon mal überleiten. Wir haben jetzt eine Sensation für Sie. Die wird Sie aus den Socken hauen. Ich kannte es nicht. Und wahrscheinlich geht es Ihnen auch so. Wir haben hier jetzt ganz tolle Kissen mit einem ganz besonderen Effekt. Diese Kissen, die waren im letzten Jahr nach einer Woche, dass wir die vorgestellt haben, restlos ausverkauft. Ein echtes Kissen, nicht nur die Kissenhülle, sondern natürlich auch die Befüllung. Erstmal wie ein richtiges Kissen. Ein schönes Sofakissen mit 45 mal 45 Zentimeter, in dem man sich einkuscheln will, in dem man sich zum Beispiel nach dem Festtagsschmaus ein bisschen hinlegen will, weil man zu viel gegessen hat oder man einfach in der Mittagspause ein bisschen lummern will. Das ist ja schon schön. Aber, und Sie sehen das hier schon, da sind kleine LEDs mit integriert. Ja, und die sind jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, da stört irgendwas. Schauen Sie mal, ich kann das hier knitschen. Das ist ganz weich, die spüren Sie gar nicht, wenn Sie mit Ihrem Gesicht da drauf liegen. Zwei riesengroße Stumpenkerzen im Hintergrund. Tannzapfen. Und so schön irgendwie, ich finde, das ist so eine Kombination aus modern, aber auch sehr altmodisch gefertigt. Und dieses stattliche Kissen mit 45 mal 45 Zentimeter plus zwei LEDs, jetzt für 11,35 Euro, Sie lesen richtig, das ist doch der Wahnsinn, oder? Liebe Zuschauer, der Wahnsinnspreis. Aber, Anne hat es gesagt, bitte unbedingt berücksichtigen. Die gehen so schnell weg, die sind unfassbar beliebt. Wir hatten die im letzten Jahr, das hast du gesagt, und die waren innerhalb von drei Tagen komplett weg. Das komplette Kontingent, das heißt, wir konnten die zu Weihnachten, gerade wenn die Hochzeit kommt, gar nicht mehr anbieten, weil wir nichts mehr nachbekommen haben. Deshalb jetzt für Sie, wir haben noch ein Sonderkontingent dazu bestellt. Wir haben jetzt eine Menge da, aber da müssen Sie, verzeihen Sie hier das Wort müssen, aber hier muss man wirklich schnell sein. Denn 11,35 Euro ist einfach ein unfassbar günstiger Preis. Hier haben wir normalerweise eine unverbindliche Preisempfehlung von 20 Euro. Sie sparen also 43 Prozent. Und eine Sache möchte ich noch sagen, obwohl du die Expertin bist, Anne. Ich finde dieses Lila und dieses Blau, die Farbtöne, mit denen hier gearbeitet wurde, die passen auf jedes Sofa oder auf jeden Sessel. Egal, ob weiß, schwarz oder braun. Das passt einfach in jede Einrichtung. Also da fällt mir jetzt wirklich nichts ein, wo das nicht dazu passt. Das passt überall hinein. Selbst wenn ich irgendwo eingeladen bin bei jemandem und ich weiß gar nicht, wie sind denn die jetzt eingerichtet. Macht nichts. Das passt überall hinein. Ob Sie modern sind oder ein bisschen nostalgischer oder so ein Mittelding so zwischendrin. Es passt einfach überall hinein. Und das ist eben das Schöne. Und diesen Bezug können Sie natürlich auch waschen. Nehmen Sie vorher das Batteriefach raus, ganz einfach gemacht. Und dann waschen Sie den Bezug. Also haben Sie jetzt auch keine Angst, weil viele denken, das ist nur so ein Deko-Kissen. Steht zwar auch da Deko-Kissen, aber ich kann mich da auch richtig draufkuscheln. Absolut. Hier, das ist ganz weich. Kann ich bestätigen. Also das ist wirklich kein Störfaktor, keine Kabel, die irgendwie Nerven im Gesicht. Ja, auch wenn Sie es jetzt auf der Rückseite dann für den Sommer vielleicht einfach nur umdrehen, hat man ein schönes weißes Kissen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe das zuvor auch nirgendwo anders gesehen. Ich wusste, es gibt Kissen mit Weihnachtsmotiven und Kerzen und, und, und. Aber nicht, dass sie leuchten können, oder? Sie? Liebe Zuschauer, was ganz, ganz Besonderes. Diese Kissen sind ganz, ganz Besonderes. Das muss man wirklich sagen. Und sowas finden Sie nicht an jeder Ecke. Sowas hat nicht jeder. Sie sind jetzt wirklich in der Lage, in unserer Saisoneröffnung Richtung Weihnachten, in unserem Christmas Season Opening, liebe Zuschauer, dass wir diese Woche feiern, die Möglichkeit, sich die nach Hause zu holen. Und man muss jetzt wirklich sagen, Sie haben auch hier noch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir zwei, drei, vier, fünf mit. Ich meine, bei dem Preis und bei dem Effekt, den Sie damit erzielen, eben auch wieder. Erstens eine wunderbare Deko, dann einfach auch passend, egal was Sie für eine Einrichtung zu Hause haben. Und eben dann auch wieder dieser tolle, wullig-warme Effekt, ganz viel für die Seele. Sie werden sich drin verlieren. Sie werden da drauf gucken. Es wird Ihren Blick anziehen. Und wenn jemand kommt zu Besuch, jetzt kommen ja eben auch wieder die Tage, wo ganz viel Besuch kommt, die werden staunen. Und die wollen natürlich dann sagen, woher hast du denn die Kissen? Die möchte ich auch. Wo gibt es die denn? Ja, dann sagen Sie bei Pearl TV unter der Bestellnummer NX 8179 und die 560. Wobei wir sagen müssen, dass die 11,35 Euro jetzt nur zwei Stunden gültig sind. Das muss man sagen, das ist immer so bei uns, gerade wenn Sie das zum ersten Mal sehen, liebe Zuschauer. Preise bei uns haben immer zwei Stunden Gültigkeit, aber immer nur, solange der Vorrat reicht. Also wenn die früher weg sind, dann sind die eben früher weg. Deshalb 11,35 Euro hier für die Bestellnummer NX 8179 und die 569 45 mal 45 Zentimeter. Absolut genial. Und liebe Zuschauer, ab in die Leitung mit Ihnen. 0,81, 51, 51, 3 mal die 2. Ganz schnell hier für die Kissen einchecken. Dann sind Sie jetzt schon mit dabei und werden einfach ganz viel Spaß haben. Und der Preis 11,35 Euro, liebe Zuschauer, der wird so nicht wiederkommen. Aber Anne, du hast uns ja noch was mitgebracht. Das heißt, für die, die jetzt noch nicht bestellt haben, gibt es noch eine Möglichkeit. In dem ich ein Zweier sind. Denn, also klar, eins für 11 Euro oder zwei für 18 Euro, da würde ich Ihnen am besten gleich das Zweier-Set empfehlen. Das macht natürlich Sinn, wenn man das auf dem Sofa hat, so links und rechts schön platzieren, jeweils ein Kissen. Ja, oder zum Verschenken eins behalten. Wobei bei dem Preis von 18 Euro, das ist nochmal, das ist nicht nur Kissenbezug, sondern plus Füllung. Also beides plus kleine LED-Lämpchen. Das ist faszinierend. Der Preis, der ist wirklich genial. Das ist ganz weiches Material. Also das ist nicht nur so eine Billig-Deko-Kissenhülle, wie man das an anderer Stelle kennt, sondern wirklich ganz hochwertig gefertigt. Und da jetzt zwei so auf dem Sofa. Boah, sieht das toll aus oder so? Und fass das mal an, das ist ganz, ganz weich. Ich bin wirklich überzeugt. Also mich wirst du gar nicht mehr überzeugen. Es ist wirklich absolut genial. Und ich finde auch den Effekt toll, gerade mit den Kerzen. Das ist wieder so authentisch, so realistisch gemacht. Nutzen Sie bitte hier den Preis, liebe Zuschauer, 18 Euro. Das kommt so nicht wieder. Wenn weg, dann weg. Wir empfehlen unbedingt das Zweierset. Sie sparen ganz immens 25 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und Sie sehen es auch, liebe Zuschauer, ganz oben steht sie. Die Bestellnummer, ich nenne Sie ihn aber gerne nochmal, die NX-8325 und die 569 nochmal. Das Zweierset. Und es kommt genau so zu Ihnen nach Hause. Da fehlt nichts. Das ist komplett. Also alles dabei, was man braucht für ein ganz tolles Kissen hier. Also jetzt unbedingt schnell sein. Das ist unser Tipp. Wir sind begeistert. Und ich weiß auch, was demnächst bei uns Einzug hält. Also bei mir in der Wohnung auf jeden Fall. Weil das ist eben so was Geschmackvolles. Also es gibt Menschen, die mögen so ein bisschen kitschig das Weihnachtsfest gestalten. Aber wer sagt, ich möchte es klassisch, ich mag es edel und schick, dann hätten wir hier was. Sehr, sehr stilvoll, liebe Zuschauer. Und nochmal für Sie 18 Euro, das Zweierset für unsere ganz tollen Kissen hier. Ich nenne Ihnen nochmal die Bestellnummer, die NX-8325 und die 569. Wir haben aber noch was vorbereitet. Wandbilder hatten wir. Jetzt hatten wir so schöne Kissen. Aber Anne, jetzt hast du noch so kleine Laternen dabei mit ganz, ganz interessanten Innenleben. Oh ja. Kennst du noch, als Kind werden Sie das kennen, da gab es ja so Kugeln. So Wunschkugeln, Schneekugeln. Die musste man immer umdrehen, damit der Schnee aufgewirbelt worden ist. Und das gab es mit verschiedenen Motiven. Also das hatte immer was ganz, ganz Magisches. Das war für mich immer die Zauberkugel. Und das haben wir jetzt aber hier als Laterne mit einem ganz kleinen, freundlichen Schneemann. Ganz süß mit seinem Schalhirnrot. Trollig, trollig. Und das Beste ist, ich muss das gar nicht schütteln. Sehen Sie, dass der Schnee, beziehungsweise hier dieser Feenstaub, das Glitzer, sich die ganze Zeit über bewegt. Das macht hier unsere Laterne nämlich automatisch in einem Intervall. Und Sie müssen gar nichts mehr machen, außer träumen und genießen. Und ich habe ja heute schon zu Ralf gesagt, die Laterne könntest du eigentlich auch zweckentfremden. Denn zum einen ist das ein wunderbares Geschenk, ein Deko-Highlight. Aber du kannst es zum Beispiel auch als Einschlafmöglichkeit nutzen, wenn zum Beispiel bei Kindern, wenn die nicht richtig einschlafen können. Denn die Laterne, die ist hier oben, hat die so kleine Sterne ausgestanzt. Und diese Sterne, die können jetzt auch so einen wunderbaren Sternenhimmel zum Beispiel an die Wände werfen. Wenn ich jetzt mal hier meine Hand nämlich davor halte, ich weiß nicht, ob man das sieht. Na, dann werden hier jetzt die Sterne projiziert, direkt an die Decke. Und das ist auch so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Liebe Zuschauer, stellen Sie sich das bei Ihnen zu Hause vor. Also wirklich ganz klasse. Und das ist ja auch über, zur Erklärung, je weiter hier diese Laterne weg steht von der Wand, desto größer werden die Sterne. Das gibt dann auch wirklich indirektes Licht. Das gibt eine ganz, ganz tolle Beleuchtung. Allein, was sich eben schon hier in der Laterne abspielt, ist ja schon hier so Schneezauber. Es glitzert, es glitert, der Schneemann ist da. So wie man sich halt wirklich einen echten Winter vorstellt. Mit richtig viel Schnee, mit einem schönen grünen Baum. Und das ist wirklich in einem auch so ein Motiv. Das lädt wieder zum Träumen ein. Du hast es gesagt, ist auch eine wunderbare Geschenkmöglichkeit. NX 81, 81 und die 569 jetzt vorbestellen, liebe Zuschauer. Aber auch hier ganz wichtig, die Menge macht's. Und wir haben hier ein limitiertes Kontingent. Unbedingt jetzt anrufen, in die Leitung gehen und sich eintragen lassen in die Liste für 12,30 Euro. Denn auch hier ist es so, wenn wir was nachordern müssen, weil die Mengen jetzt schon knapp werden, dann müssen wir wahrscheinlich auch den Preis etwas noch umsetzen. Das wäre natürlich die ungünstigste Variante. Deshalb jetzt schon vorbestellen, jetzt in die Leitung. Und dann bekommen Sie sie für 12,30 Euro. Der Schneemann ist schon toll, ne? Also damals gab es wenigstens noch Schnee zu Weihnachten. Und da war auch so eine Schneemasse, dass man wenigstens auch einen vernünftigen Schneemann bauen kann. In der heutigen Zeit ist das ja gar nicht mehr. Gefühlt ist das so, ne? Da muss ja bis März warten, bis da mal überhaupt Schnee kommt. Ich habe aber noch was Zweites mitgebracht. Eine zweite Laterne. Und das ist persönlich mein Highlight. Denn hier haben wir jetzt eine richtig schwere, nostalgische Laterne. Und die hat so diesen Messing-Look. Also das haben Sie vielleicht schon mal in so einem ganz hochwertigen An- und Verkauf beziehungsweise Antik-Möbelgeschäft gesehen. Da stehen dann so richtig schwere Laternen. Also wenn man die anhebt, also die wiegt schon einiges. Das ist jetzt nicht nur so Plastikverarbeitung. Richtig schwer und hochwertig gemacht. Aber wenn man jetzt hier mal hineinschaut, da steht der Weihnachtsmann. Ja, der wartet nämlich hier schon auf die Kinder mit seinem Sack voll Geschenke. Und auch hier der kleine Tannenbaum. Und schauen Sie mal, diese kleinen Glitzerpartikelchen, die hüpfen und springen in der Flüssigkeit, ohne dass sich jedes Mal die Laterne schütteln muss, so wie man das früher mit den Schneekugeln gemacht hat. Sondern auch hier wird das in einem speziellen Intervall von alleine aufgewirbelt. Das heißt, man setzt sich einfach davor, egal wo das steht, im Regal, in der Vitrine, auf dem Schlafzimmertisch und genießt einfach nur dieses Stückchen heile Welt. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie ein Fenster haben Richtung Straße oder Richtung Gehweg, ist das auch eine tolle Möglichkeit, die Menschen daran teilhaben zu lassen, die da vorbeilaufen, die Nachbarn, die da schlendern oder einfach auch so, wenn man mal so ein bisschen zu Fuß spazieren geht. Das sind doch auch die Dinge, die einfach mal einladen, kurz einen Blick da drauf zu werfen und es zu genießen. Und ich meine, wenn man so dekoriert und wenn man sich sowas nach Hause holt, dann beweisen Sie natürlich auch Stil. Das ist natürlich auch so ein bisschen was, wo man sagt, Mensch, das hat nicht jeder. Gerade in der Ausführung hier findet man das eben auch nicht an jeder Ecke. Du hast es gesagt, Metall, Messing, da ist eben auch Material dahinter. Das ist nicht einfach nur Plastik. Liebe Zuschauer, 17,05 Euro hier der Preis. Sie sparen 66 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung von hier. 50, fast 50 Euro. Sie sehen es eingeblendet und durchgestrichen. NX 81, 82 und die 569. Bitte auch hier unbedingt eintragen lassen in die Liste, in die Datenbank für die Vorbesteller. Dann bekommen Sie eben auch jetzt diesen Sonderpreis. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch wirklich ganz wichtig zu erwähnen, dass wir hier wirklich nicht nur irgendeine Laterne haben, sondern wirklich Liebe zum Detail. Dieser Sockel mit dieser Verzierung, das erinnert mich so ein bisschen an Altbau, an Stuck. Richtig liebevoll und süß gestaltet. Sehen Sie hier der Sockel? Ganz, ganz süß verziert. Also das lädt doch richtig zum Träumen ein, zum Wohlfühlen. Und da denkt man eigentlich auch mal an 50, 60 Euro, oder? Wenn ich sowas sehe. Ganz genau. Und wir haben ja hier eine unverbindliche Preisempfehlung von der, wo kommen wir, bei 50 Euro, sagt der Hersteller. Und du sagst das, wenn man auf Weihnachtsmärkten sowas sieht, da wird mal ein kleines Vermögen los. Also hier haben Sie jetzt wirklich eine Möglichkeit einzusteigen. Und liebe Zuschauer, wir beschließen die Sendung mit ganz wichtigen Dingen, nämlich mit Batterien. Die sind notwendig für unsere Wandbilder, eben auch für die Kissen und für die Laternen mit dem Schmuck. Wir haben hier die Doppel-A-Variante. Sie sehen, Sie bekommen 20 Stück für den Sonderpreis 6,60 Euro. Das ist ein Megaschnapper. Bestellen Sie sich hier unbedingt gleich mehrere Pakete, Batterien. Gerade die Doppel-A, die braucht man immer, sei es für Kinderspielzeug, für eine Fernbedienung, für ein Elektrogerät. Und das Ganze haben wir auch in der Triple-A-Variante unter der Bestellnummer PX1565 und der 569. Sie sehen, noch günstiger, noch günstiger kriegt man die nirgends anders. 5,65 Euro. Auch hier gerne mehrere Pack mitbestellen. Dann sind Sie einfach schon gut versorgt. Und dann haben Sie hier für gut ein halbes Jahr, ein Jahr. Nehmen Sie so viel mit, wie Sie brauchen. Dann haben Sie für zwei, drei Jahre Batterien. Die werden ja nicht schlecht. Und da muss man einfach hier in die Schublade greifen. Also wunderbar gemacht. 0,180, 51, 51 und dreimal die 2. Und Anne, ich muss dir wirklich sagen, mir hat diese Sendung so viel Spaß gemacht, weil wir so viele tolle Sachen gesehen haben. Zu so tollen Preisen. Aber ich will jetzt nicht in der Haut unserer Zuschauer stecken. Da kann man sich bestimmt nicht entscheiden, weil es waren wirklich Highlights und die Preise, die waren umwerfend. Ja, muss man wirklich sagen. Die Preise waren umwerfend. Und wenn Sie jetzt erst oder etwas später zugeschalten haben, liebe Zuschauer, dann auf www.pearl.tv. Können Sie alle Produkte nochmal angucken. Suchen Sie sich jetzt noch, solange die noch da sind, was Schönes raus. Auch gerne mehrere. Und lassen Sie sich unbedingt die Kissen nicht entgehen. Die sind absolut spektakulär und eben auch unsere Laternen unbedingt vorspilch bestellen und dann viel Spaß.